Ich würde mal sagen, wir machen noch einen schnellen Versuch und dann steigen wir um auf Outlast 2, wenn ihr Bock habt. Wie ihr seht, ne? Es ist nicht easy. So, komm. Aber, äh, kein Zeug jetzt. Ernsthaft? Komm. So, ne, mit. Das Viehzeug da. Komm, töte. Nimm mit. Ist halt doof, ne? Also, wenn du nur einen Fehler machst, dann ist es echt vorbei. Okay. Ähm. Da musst du echt aufpassen. So, wir machen mal... Darnnagerungslager und hier machen wir auch mal eins. Machen wir zwei kleine. Genau, verteilt das mal oben hier, das Zeugs. Machen die tatsächlich. Verteilen das oben. Okay, so. So, auf geht's. Unsere ersten Fighter. Schnüpfet, schnüpfet. 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 Okay. Okay. Drei sind fertig. Sehr gut. Okidoki. Dann mach das mal weg. Nur kämpfen und töten. Also, was tötet die doch endlich mal. Wenn die Antwort schnell sind, sollten sie diese Kripte überraschen werden. Wenn die Antwort die Adulter dieser Larvene verhindert, kann das Ergebnis für die Kolonie nicht so glücklich sein sein. Sie müssen mit Kaution expandieren. Okay, den schaffen sie aber. Na gut. Immerhin. Nicht optimal gelaufen, aber immerhin. Da geht noch... Da geht's noch besser. Ja, zack. Holt euch das alles. Alter, Alter, ey. So, ihr killt mal bitte die Asseln. Und ihr Viecher hier, pflegt mal unsere Teile. Ich muss mal überlegen, ob ich auf Arbeitermasse gehe. Ich weiß leider nicht mehr, wie ich das gestern gemacht habe. War ein bisschen spät. Ich glaube, wirklich, die Masse macht's. Na komm. Ihr dürft gerne transportieren. Okay, nächstes geschlüpft. Das ist nur das erste Level, was so ein bisschen schwierig ist. Der Rest danach geht eigentlich. Na komm. Jungs, ihr dürft gerne euch bewegen. Oh, ihr seid hier in der Kampftruppe mit drin. Die Großen werden das Vieh jetzt beschäftigen. Ah, Tanks jetzt. Und die Anderen werden das Ganze dann einfach überrennen. So zumindest der Plan. Na komm. Schon leer? Schon leer. Shit. Okay. Hier hinten. Gruppe 1. Ne, machen wir hier. Zeigt mal, was ihr könnt. Oh, alle Mann ran hier. Kommt. Los, ihr kleinen Krabbeler. Aha. Transport, bitte. Hier hinten ist auch noch Transport. Marsch, Marsch. Kein Transport. Und Attacke. Upgrade. Marsch, Marsch. Den können wir noch. Und den können wir auch noch. Wie gesagt, lieber mal ein Soft-Upgrade machen. Und holt mal ruhig alles mit ran hier. Da ist leer, da ist leer, das ist okay. Okay. Okay, nächste Stufe. Hierher. Drei Stück. Alle Mann ran. Marsch, Marsch. Marsch. Oh, gleich mal ein bisschen abgraden. Wie gesagt, es schadet nicht. Hier auch Stufe 3 zu haben. Ah, schon wieder leer gefressen hier. Unglaublich. Unglaublich. Wie schnell die das leer putzen. Okay, der ist leer, das ist leer, das ist leer. Da ist nix. Da werden die Nächsten. Wer hekt bei der Königin. Ran. Attacke. Okay, die Masse macht's wirklich. Und Marsch. Masse macht's. Und das heißt, nur noch mehr Soldaten. Noch mehr, äh... Dingsbums. Upgraden, los. Mehr, mehr, mehr. Baut mir mehr. Okay, da ist was. Da ist was. Nicht ohne Reserve. So, nochmal welche dazu. Ding ist wieder leer. Okay, Hahnemann ran. Jetzt wird's interessant. Alles beißt und zwickt hier. Das Gute ist, wir können gleich nachproduzieren. Wir haben noch genug auf Reserve. Sehr schön. Wunderbar. Und sammeln, Leute. Langsam wird's doch. Das sieht gut aus. Ich wünschte, ich könnte zwischenspeichern, aber das kann ich leider nicht. Ist ein bisschen schade. Nein, welch grau... Graus. Die Lager sind voll. Ist ja unglaublich. Wollen wir noch mal welche ran? Hm. Könnt ihr oben auch sammeln? Wie so eine kleine Raubarmee. Sehr gut. 25 und 9. Und jetzt kommt Reserve rein. Das ist gut. Noch mehr von da abbauen. Besser ist das. So, wenn's geht, noch ein bisschen mehr Reserve. Haben wir noch was? Nee, hier ist nix mehr. Shit. Okay. Den können wir uns holen. Stufe 3 haben wir dabei. Das ist sehr gut. Gut. So, auf geht's. Alles hackt, zwickt und beißt. Knosterfrau, Melissengeist. Hm. Ah, so. Sehr gut. Sammeln. Wenn ihr schon hier seid, bringt den ganzen Kreml weg. Okay, jetzt echt überlegen. Meine Boys and Girls hier. 183 in Reserve. Jetzt bin ich mal gespannt. Die teilen sich auf. Okay. Gut. Bring weg den Kreml. Äh, upgraden, upgraden, upgraden. So, das ist auch leer, ne? Jetzt haben wir da oben noch. Und hier an der Seite. Marsch, marsch und ran. Marsch, marsch, marsch und ran. Die Larvae muss sich protektiv werden. Und wo ist? Mach keinen Scheiß. Wo ist? Zwickse weg. Los. Kill. Okay, jetzt habe ich kein Essen mehr für Nachschub. Zwickse weg. Die Kolonie ist starb. Zwickse weg. Perfekt. Auf geht's. Sammeln, was das Zeug hält. Wir brauchen wieder Nachschub. Aber ich werde das hier nicht aufmachen, weil wenn die hier doch durchbrechen, habe ich wenigstens unten noch genug Zeit für den, äh, Verteidigung. Man muss echt ein bisschen taktisch denken. Das ist unglaublich. Aber es macht Spaß. Es ist, äh, echt ein cooles Game. Mir gefällt es richtig gut. Ah, die zwitschen wir nach oben. Okay, Jungs. Äh, die können wir noch so holen. Das ist kein Problem. Okay. Okay, macht mal die Asseln hier kaputt. Hack, Zwick und Beiß. So ein Scheiß. Okay, die sind bereit. Für Notfälle sind sie da. Reserve haben wir auch noch da. Okay, ihr sammelt. Kommen wir zurück. Wie geht's denn hier aus? 11. Wählen wir mal ab. Den noch. Den noch. Okay. Und den noch. So, okay. Dann ist hier schon wieder in den WMT. Alles klar. Marsch, marsch. Wir behalten uns die, wie gesagt, auf Reserve. Holt euch das. Ich bin gespannt, ob sie das packen. Ah, sieht gut aus. Perfekt. Marsch, marsch. Plündert. Dann haben wir noch zwei gefährliche Zonen. Also den einen hier. Überlegen wir mal, ob ich noch eine zweite Armee aufmache. Irgendwo nochmal eine zweiten, ähm Schlipfort, damit ich noch einen Block habe, zur Not. Wo machen wir das denn mal hin? Hier oben hin. Hier sind wir fünf oder so. Die so ein bisschen im Hintergrund dann stehen. Ich fände das ganz cool, wenn die irgendwie, äh, durch das Kämpfen an sich Erfahrung gewinnen würden, dass sie dann sich upgraden würden. Das wäre cool. Das würde mir gefallen. Ah, am fünften. Na komm. Sechsten auch noch. Kriegst du sechs nochmal dazu. Falls es nicht reicht. Okay, auch was Neues. Das ist scheiß Vieh, ne? The ants have stumbled into the path of a fully developed devil's coach horse beetle and it's hungry for breakfast. The beetle is almost four times the size of a black ant and protected by thick plates of external armor. Whilst it bites at the tiny defenders, it sprays foul smelling secretions from the end of its raised apple. Töten. Okay, haben wir. The devil's coach horse is dead. Haben wir noch einen. His corpse will provide food to support dozens of new brood. Alles klar. Hui. Bring den weg, bring den ran. Frage ist, was ist sinniger? Auf Risiko gehen und nochmal ein neues Zeug heranholen oder auf Reserve lassen? Noch ein paar dazu. Okay, dann haben wir hier abgeahntet. Tja. Letzte Mal, letzter Try. Wenn es nicht klappt, ja, haben wir Pech gehabt. Dann wechseln wir auf jeden Fall auf Outlast. Also Outlast 2. Okay, Jungs. Kommt dran. Alle Mann, was ihr seid. Stufe 2 bleibt als Block dahinter. Wir werden nämlich beide aufmachen. Können gerne zurücklaufen. Hallo. Wir sollen zum Kämpfen hoch. Okay, ähm, alles klar. Aufmachen. Ja, jetzt kommt er nämlich raus. Ich hoffe, wir müssen erstmal einen wegkriegen. Von den großen am besten. Ja, hier wird schon... Viecher sind echt übel. Mit ihren scheiß Sprühzeugs. Mit denen Reserven aus. Killt die doch endlich mal. Ich glaube, diesmal könnten wir es packen. Ja, sieht gut aus. So klappt es. Ja, das packen wir jetzt. Sehr gut. Geschafft. Juhu. Diese Formika-Fuska-Kolonie hat sich jetzt als ein rückwärtser Macht in der Untergröße. Soon wird das Territory über die Gründe gespandeln, wo neue Herausforderungen erwarten. Für die Zeit, aber die König ist sicher. Sieg. Jawohl. Und wir haben was bekommen. Wir können uns eine Belohnung auswählen. Also, zusätzliche Gelee-Royale zum Aufleveln. Bisschen was zum Bauen. Und ein bisschen Futter. Ich würde ich auf jeden Fall nehmen. Wir müssen die ein bisschen upgraden. Ich würde sagen, das eine Level, das machen wir noch. Und dann können wir weitermachen. So, zurück zum Formicarium. Ants. Ants. They're organized. Industrious. And hungry. Aber in der Untergröße, da gibt es keine Freie-Lunch. In the end, Only one colony will secure victory over the Outworld and take its place amongst the great empires of the Undergrowth.